Boah, Alter. Ohne Witz, es ist so großartig. Oh, die merkt mich. Wow. Kann er dich einfrosten, ja? Wahrscheinlich. Hast du denn jetzt Stufe 2 Kälteschutz? Ja, mit dem ... Also dadurch beide zusammen, ja? Ist das der Sockel? Der Sockel ist ja unten, eigentlich. Da in der Titanen, Alter. Guck mal, die beiden machen irgendwas mit Schatten. Die beiden machen Schatten. Ja? Ah. Ist da ein Krog versteckt? Danke für deinen Samus, sehr nett. Schön, dass du ihn dieses Mal nicht auf den Krog geworfen hast. Guck mal hin, wo der Schatten hin ... Wenn er länger wird ... Wird er irgendwo drauf geworfen? Vielleicht guckst du noch mal drauf. Wo drauf? Auf die Mission. Leuchtet der Sockel der Schneeberge, wirf runde Dunkelheit in seine Mitte. In diesem Sockel, dem Fels der verschneiten Berge eingeschlossen ist, muss ich ein Geheimnis verbergen. Okay, da wird ein Schrein sein halt, wie immer. Aber, ähm ... Runde Dunkelheit auf den Sockel. Also der leuchtet irgendwie, nachts wahrscheinlich, beim Mond oder so. Und dann müssen wir irgendwie einen Schatten werfen. Wie, einen Schatten? Tja, das hat der nachher auch noch nicht rausgefunden. Wollen wir zu dem Labyrinth unten fliegen? Können wir machen. Runde Dunkelheit. Oder zu dem Turm erstmal. Meinst du? Dass wir so einen Anhaltspunkt haben, weißt du? Können wir machen. Dann sind wir natürlich wieder irgendwie ... Das ist halt ein ganz anderes Gebiet als hier oben. Ein bisschen von da unten wieder da sind. Die Frage ist, wie weit kommen wir jetzt mit dem Flieger? Hm. Oder Labyrinth. Schnell, der Chat! Schnell! Labyrinth oder Turm? Labyrinth oder Turm? Schaffen Sie nicht. Verzögerung. Ja, ja, aber vielleicht so gerade. Hier ist bestimmt Wüste, die uns weh tut. Oh, Wächter! Turm! Okay. Turm, Digga, die sagt es als erstes. Turm! Ja. Eigentlich wissen die, was da ist und das wir voll auf den Sack kriegen würden. Hihihi. Willst du jetzt aufbrauchen, deine Dings? Deinen Bonus? Oh, hier tut's uns weh. Hier ist es heiß. Und wir haben noch unseren Wams an. Hier ist es heiß, was jetzt? Weiß ich nicht. Untersuche. Wir hätten Pilzeschutz, so ist es nicht. Hopp! 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 Dum, 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 dum. Oh, Alter, ey. Manchmal hält man einfach nur inne und sieht, wie schön es ist. Wollen wir den Titan jetzt vielleicht zuerst machen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jupp! Was ist das hier für ein Rätsel? Weiß ich auch nicht, aber wir müssen auf jeden Fall die Bauklötze umstellen. Ah, warte mal. Vielleicht müssen wir das nachbauen. Was müssen wir nachbauen? Vielleicht sind die gleich und wir müssen das eine nachbauen. Kann das sein? Turm, turm, turm. Drei. Drei. Zwei. Nee, das kommt nicht hin. Aber vielleicht irgendwie spiegelverkehrt oder so? Stell es mal irgendwo drauf. Irgendwas müssen wir nachbauen. Bestimmt. Hm. Vielleicht kann man es von irgendwo ein bisschen aus der Entfernung sich angucken. Fuck. Das muss bestimmt, müssen die gleich sein. Vielleicht können wir echt erst den Titan machen. Was war das? Ja, aber nicht vor dem Turm. Nee, nee. Lass uns noch mal gucken, was da geht. Ähm, ich will das Rätsel lösen gern. Was ist das? Da läuft irgendwas rum. Ah, das ist jetzt wieder da. Weg. Was soll's denn? Wahrscheinlich wieder so ein Schwebeldings. Können wir bitte das Rätsel jetzt machen? Ja, ich wollte doch ein bisschen höher, damit wir uns das angucken können, oder nicht? Aber manchmal musst du mir zustimmen dann dazu. Ja, ich stimme dir zu. So weit weg. Von hier erkennt man gar nichts. Vielleicht von da oben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man einfach auch nah ran. Oh, jetzt ist der wieder zurückgespawnt. Ja? Naja. Warte mal. Wir müssen gucken, ob wir ein Muster erkennen. Ob es irgendwo gleich aussieht. Also was ist denn... Hier gibt es ein Zweier-Türmchen. Erstmal das mittlere. Ist das mittlere denn gleich? Mittlere? Das hier? So, der. Vier nach oben, zwei daneben und dann so ein kleines Treppchen. Das ist schon gleich, ne? Mhm. Und zwar in welche Richtung? Auch in diese. Ja, wir können ja eh nur ein Ding verändern. Ja, ja, ja. Bis dann, Missy. Tschüüü! Warte mal. Lass uns mal... versuchen. Ein bisschen Abstand, das zu betrachten. Okay. So. Äh... Also nochmal, das sind die langen, die sind klar, warte mal, nimm ihn mal, nimm ihn mal, drüben, 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 drüben und jetzt da rechts neben den Zweier. Da, ne, da rechts, 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 da hin, daneben, ja. Props, hab ich nicht gesehen. Krok-Detektor, wuhu, aber der war relativ aufwendig für'n Krok, ne, aber ich meine jetzt auch nicht, nicht unschlagbar, aber cool. Wie viele Sternchen hat die Christina eigentlich schon? Weiß ich gar nicht, guck doch mal rein, Christina. Ausrufezeichen, Stas, Stas. Oh, Musik. Uiuiui. Wir müssen doch jetzt ganz schön wieder hoch, ne? Mhm, wir haben schon wieder... Was rasselt hier so? 22 Uhr jetzt. Ist das unser Schwert, was unser Schild böngelt? Ja. Wir haben es auch so fast 22 Uhr, es ist schon halb. Heftig. Halb, halb zehn oder was? Zehn oder halb zehn? Was ist das für ein Geräusch? Oh je. Oh, dickes Teil. Ha, ha, ha! Geiler Dulli. Geil, ich hab ihn einfach direkt getötet. Stachelmobkeule. Eine verbesserte Version der Mobkeule, die auf der Schlagseite mit Tierknochen verstärkt wurde. Dadurch verfügte dem Opfer deutlich mehr Schaden zu. Guck mal, der Mace ist noch Lachs. Aber früh übt sich. Immer ran und dann bist du bald eine Lachsschnitte. Ach so. Stars die Christi. Ne, ne. Er wollte bei anderen gucken. Er wollte gucken, wie viel die Christina hat. Das geht bei uns tatsächlich nicht. sich die Stars der anderen angucken. Ein Steinchen ist da noch. Ich glaub, sie weiß nicht, wie man's macht. Aber macht nichts. Zwei sogar. Das ist nur doofes Steinsatz. Ah ja, genau. Guck mal, da. Das interessiert mich auch. Moment. Ausrufe zeigen Stars in den Chat schreiben. Dann kriegst du das angezeigt. Ja, sie macht das schon. Sie regelt. Die ist ja da. You must have shining on me now. Der Demon Smoker. Kennen wir die schon? Die sind erwachsen. Ach, Lidia da. Demon Smoker hat eins, zwei, drei Stunden zugeschaut. Mace, ich weiß es, Mann. Ja, aber du tust es nicht. She does not do it. Aha, da hat's es. Da ist es. 14 Stunden nur? Das ist ja nix. Das ist alles nur Spawned. Immer bei Spawned, ja. Immerhin, 14 Stunden. Und 78 Sternchen. Go get it. Er war so, 14. Guck da nicht so gierig hin. Wir spielen jetzt erst noch. Gleich gibt's Kaffee und Kuchen. Oh, machen wir Kaffee noch? Nein. Ist nicht schlauer meins. Nicht so gut. Es gibt gleich noch Obst. Ach jo, der Obstteller. Obstteller. So, da ist das Türmchen. So, das ist ein bisschen verdächtig hier. Zwei krockverdächtige Steine. Zwei Stück. Warte mal, nee, erste. Ah, oh. Wölfis. Wo sind die denn gespawnt jetzt? Hier sozusagen. Ich glaub der kleine Kreis muss auf den, der kleine Stern muss vielleicht auf den Großen oder irgendwie sowas. Ah, nee. Ah, guck mal, so einer ist das. Du bist krock-süchtig. Vielleicht kannst du den Kleinen am Rande, da auf die Mitte stecken. Nein. Da ist ein Krock. Da ist kein Krock. Da ist aber ein Krock. Warum willst du ihn nicht holen? Hol den Krock. Ich glaub nicht, dass ich das da drauf tun muss. Nicht das? Den anderen Stein bei den Wölfen dehnen. Den kann ich nicht hochheben, glaub ich. Guck mal, was da geht. Irgendwas passiert da. Vielleicht ist da auch so ein Dingsbaumstumpf. Guck doch mal, wie verdächtig die sind. Kannst du ihn nicht nehmen? Warte mal. Ist das ein Pfeil? Amina. Sie hat mich angegriffen, Amina. Du brauchst gar nicht quieken. Ich weiß nicht. Es sieht nach Krox aus. Wir haben noch nicht rausgefunden, was wir damit machen müssen. Ich bin mir ziemlich sicher. Er hätte mich ja nicht angegriffen müssen. Hätte nicht. Hätte er nicht. Hat er aber. Hat er ganz schön gemacht. Digidi, was meinst du? Können wir erst den machen? Das ist ein ganz schönes Moped. Geht er erst mal zum Turm. Ja, genau. Das ist klar. Zum Turm gehen wir so oder so. Turmbau zu Babel. Wir ziehen Falle rar. Was erwartet uns hier wohl jetzt wieder? Ich weiß nicht. Ah, Grütze! Nicht rein! Nicht rein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott, okay. Und ich sag noch nicht rein! Ich weiß, was ich will! Und du schreist so. Ich seh die Grütze schon von Weitem. Ah. Mann. Ich dachte, es wäre Water. Ja, ja. Sieht man. Deswegen schlägt das auch so Blasen. Wie immer mit Wasser. Kennt man ja. Kannst du ja nicht hier so hingehen? Ja, dann müssen wir wohl hier hochklettern. Und dann ranfliegen. Geht ja auch. Kein Thema. Wer baut denn da einen Turm? Das ist ja Quatsch. Ja. Christina hat noch geträumt. Nach dem... vom 33 Stunden Stream hinterher. Ja? Oh, Wind. Oh nein! Windströmung. Das geht hier so nicht. Hat es jetzt aufgehört? Thor ist das aufgehört? Mhm. Ah, ne. Doch nicht. Ne, das ist Absicht. Digga. Ja, okay. Ich hab's. Okay. Haha. Da stehe. Fuchs. Ja, dann halt von da. Ist doch kein Problem. Hier, da kannst du mal was machen. Oh, du kannst die kleinen Krachissen kaputt machen. Geh ich weiter. Weg ist er. Okay, das ist nicht... Vielleicht brauchen wir noch mehr vielleicht einfach von denen. Wildbeere. Eine süßere Frucht. Weißt du was? Ich kletter hier hoch und springe. Der fliegt dann einfach. Und fertig ist sie. Mhm, viel Glück. Danke. Oh, ne. Okay. Kiste. Dann leg mal los. Krokis. Könnte ein Krok sein. Ja? So ein Gefühl. Guck mal, der sieht aber doch einfach aus. Oder? Äh. Zwei, eins. Ne, warte mal. Die sind irgendwie anders. Irgendwie ist das anders. Oder? Erkennst du's? Ich hab's noch nicht rausgefunden. Ich hab das eben auch nicht erkannt. Okay, das sind zwei. Die sehen so ungleichmäßig aus. Weiß ich nicht, da in die Mitte? Vielleicht? Ne, da in die Mitte bei den beiden? Ich hab's grad irgendwie nicht... Seh ich nicht richtig. Vielleicht ist es da. Ne, ne, ne. Nicht da. Nicht da? Hier? Ja. Haben wir ihn nicht richtig gesehen. Upsala, falscher Scherp. Warum traf sie denn sonst noch rum? Entschuldigen Sie mal. Haben Sie Schibabschitschi? Warte mal, da war noch... Guck mal nochmal da runter. Da war... Ein grauer Stein. Du hast ihn gesehen, ne? Oder ist der einfach nur Fake? Croc. Kann man, dass es so viele gibt. Jetzt läuft's grad ganz gut mit uns, mit den Crocs, ne? Ja. Vielleicht waren wir einfach unaufnehm. Ich hab auch den Croc-Detektor jetzt erst angemessen. Ach, warum hast du er nicht? Hatt ich nicht dran gedacht. Oh, Mann. Dammit. Was ist denn hier noch so? Real Shenzu, hoi. Moin. Das ist ein richtig guter Dude geworden von uns hier. Der Real Shenzu. Shenzu! Ein korrekter Bro. Guck mal, weißt du was? Du hast immer Gegenwind, egal aus welcher Seite du kommst. Ne, eben hier nicht, oder? Ja. Sie schreibt nebenbei mit ihrer besten Freundin über ein Date, was sie hatte am Wochenende. Oh, Lissi. Das kannst du aber... Warum... Das war doch nicht der falsche Chat, hör mal. Das war doch genau goldrichtig. Ich hätte das auch gern gewusst. Gut, da müssen die alle da rein jetzt. Alle rein in die Krütze. Ne. Also hier. Hier so hin? Ja. Ja, warte mal. Da ist noch einen drauf. Ich glaub das nicht, Dirk. Meinst du, die sind alle weg gleich? Ja, ja. Die sind alle weg gleich. Und dann haben wir's. Ne, die Kiste ist da noch. Ah, guck, sie ist da noch. Immer gesagt, ne? Hast du gesagt, dass sie da noch ist? Hast du immer gesagt, weiß ich. Kann ich bezeugen. Oh, guck mal. Da hat schon wer anders versucht. Aber wer hat noch so ein Modul gehabt? Ja gut, dann einfach mal rein da, die ganze Krütze. Zack, schön voll machen. Was soll's denn? Oh je. Da ist richtig tief, Mann. Kein Wunder, dass du eben abgesoffen bist. Das ist mir richtig stressig. Muss doch einen besseren Weg geben. Das kann's ja nicht sein. Natürlich ist es das. Was soll's sonst sein? Das kann's doch nicht sein. Was angenehmeres. Was stresst du denn nicht? Da sind doch noch einen ganzen Satz Kisten. Schmeiß die doch erstmal ins Wasser. Und mach voll da die Bude. Alles schön an einer Stelle. Und die kannst du mal, die kleinen Kisten kannst du noch platt machen, theoretisch. Dann kannst du noch gucken, ob noch was Schönes an Loot da ist. Ich glaub nicht, dass das so gut ist. Wenn ich das so einfach reinwerfe, wie wild. Ja, du kannst ja danach gucken, wo die so sitzen bleiben und dann stapelst du ein bisschen. Okay. Ich denke, das geht. Guck mal, da ist noch ein großer Block. Weißt du nicht? Danke. Ah, an die Bielefeld-Fans. 2-2-1 für Stuttgart. Ja, dankeschön. Danke für diese nette... Da freuen wir uns natürlich, das zu hören. Ja, da hinten ist noch ein Digga. Nicht! Oh Gott, kannst du auf den Dingern schlittern? Nee, ne? Leben am Limit! Jetzt hat mich das Rätsel. Amina fragt, ob man es mit Eis machen kann. Man könnte es probieren, aber ich befürchte nicht. Meinst du echt? Oh, das ist natürlich einfach. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist um einiges einfacher. Ja. Wohin hat es gelegen. Du hast dich hinterher immer, wo er es gelegen hat. Ah, ja. Naja. Ja, wir wollten es ja... Also, mit Eis ist es ja total einfach. Das haben wir so viel schon gemacht. Ja, eben nur so. Das ist ja fast wie Schieten. Ja, ja. Was Amina den einfachen Weg tut, ist ja klar. Da kam sie nur drauf, weil sie sich gerade eben Eis geholt hat. Genau. Ah, schon fast oben. Wir müssen gleich wieder kochen, Marcel. Das tut mir sehr leid, aber es muss heute passieren. Wir sind richtig out of stock mit allem Scheiß. Das kannst du machen. Ich kann das machen? Na klasse. Ja, ich kann das Kuchen so machen. Ganz geil, mit der neuen Ausdauer kann man viel mehr machen. Du kommst richtig wo hoch mal. Was für ein Geräusch? Gewitter? Ne, ich habe nichts gehört. Neues? Ich habe ein Geräusch gehört. Ist das ganz schön kalt. Ist das bei euch zu Hause? Ist ja auch kalt. Ja, ich habe etwas langärmiges an. Und du hast da nicht noch Tee? Ne, es ist alle. Alle schon wieder. Alles, alle. Bei mir ist schon frisch. Meinst du? Ja, klar. Turm! Badam! Lange kein Turm mehr gemacht, ne? Fällt mir da ein. Lange. Schicker Stein erkannt. Schicker Turm wird aktiviert. Das ist doch auch mich zu ärgern. Oh, jetzt habe ich gemuddelt wegen dir. Auf Sofa, dein Ernst? Ja. Du, lass mich doch gleich kochen und mach das. Eine Gabel kann ich da wohl kurz essen. Jetzt habe ich da Fussel dran. Voll eklig. Ja. Das ist ein Haar. Ich glaube, ich habe ein Haar im Mund. Oh je. Lassen. Ja. Ja. Ich weiß, ob die das wirklich hätten mit so einem Tropfen lösen müssen. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade instinktiv das Kabel vom Controller so widerlegen. Ich habe in letzter Zeit viel Gamecube gespielt. Ja. Dirk, im Übrigen hast du ein super Hemd an. Ja, vielen Dank. Das ist sehr nett. Das passend zu Marcels Bart haben wir uns abgestimmt heute Morgen. Er hat sich den Bart angezogen, aber zu meinem Hemd nicht. Das Büro, du wüsstest hier. Mhm. Da müssen wir aber noch anderen Eiskram machen. Exil der Drachen. Oh. Meinst du, da sind noch Drachen? Nö.